Jo moin Leute, herzlich willkommen zum sechsten Spieltag, mittlerweile der Landesliga Westfalen Staffel 1, Saison 20, 24, 25, los geht's, sechster Spieltag, heute um 15 Uhr, SC Herford schlägt SV DJK Mastbruch 3 zu 1, dann SV Reiter Paderborn gewinnt gegen Spielvereinigung Beckum 5 zu 3, dann ein TUS-Duell, TUS Thornberg gegen TUS Lohe, das ganze geht 1 zu 3 aus für TUS Lohe, herzlichen Glückwunsch. TSV Oerlinghausen gegen Spielvereinigung Brakel, das ganze geht 1 zu 4 aus für die Spielvereinigung Brakel, herzlichen Glückwunsch. FC Gauhnert unterliegt Hövelhofer SV 1 zu 3, um 15 Uhr 30. FC Rot-Weiß Kirch Längern schlägt Post TSV Detmold 3 zu 1, FC Bad Oerlinghausen unterliegt VfL Thesen 1 zu 3, und um 16 Uhr 30. SV Affenwetter und SV KT 07 Minden trennen sich 2 zu 2, so das war's vom sechsten Spieltag mit den Predictions der Landesliga Westfalen Staffel 1. Saison 20, 23, äh, 20, 24, 25 Predictions. So, wenn auch der Video gefallen hat, lasst ein Däumchen nach oben da, vergiss kein Abo, dann nimmst das Glöckchen. Das nicht vergessen, sagt die Wien. Dann verpasst ihr keine Benachrichtigung auf den Jenna Besteller. Das ist ein Däumchen nach oben.